RIN 69 Jetzt ist Schluss mit Lustig Ich weiß Ich hab ein Fable dafür Verdammt, ich komm hier nirgendswo hoch Okay Keine Attentat Ich kann keine Attentaten machen Mist, ich muss doch da irgendwie hochkommen Ach Weißt du was? Tu ich doch gar nicht Ja, ich hab ihm mal eben kurz eine Rückenmassage gegeben Mehr war das nicht Lauft Lauft Ich hab auch so viel getan Ich könnte mal wieder einen Steckbrief hier gebrauchen Steckbrief Ein Stockwerk höher Hopp Und einmal bitte schön hochklettern Nee, nicht ganz Ich werde nur bestimmte Personen umbringen Ich bin ja eine Assassine Gott, haben wir schon Und einmal schneller Und einmal schneller Oh, ich muss ein Stück zur Seite Schneller Ey, komm Wir sind wieder oben Und dürfen dann zur nächsten Kiste gehen Aber die Geschichtsmissionen Musste ich ja sagen Werden insgesamt ein Stück länger Weil früher immer so Mach ein ganz bisschen was Und dann eine neue Geschichtsmission Mach wieder ein Stückchen was Und eine neue Geschichtsmission Und dann mach wieder was Und eine neue Geschichtsmission Ja, und jetzt werden wir hier mal eben runterklettern Warum auch immer Warum auch immer Ja, warum auch immer Das hier Sperrgebiet ist Oh Da sind ein paar mehr Leute Zack So Ich bin gar nicht da So weit So gut So gut Oh, da sollten wir dann doch mal Eine etwas andere Taktik vorschlagen Hallo? Was tut der hier gerade? Hallo? Ähm Ich möchte hier Ja Danke Danke, dass du Äh, dass Ja, danke Ich hab gerade Neun Frames Weil hier so viele Wachen sind Oder weil hier irgendwelche Vollidioten sind Die hier nichts drauf haben Und die hier gar nichts sein sollen Oder wahrscheinlich ist mein Antivirenprogramm Das wieder so Nee, nee, nee Ich mach jetzt du Dein PC ist wieder in In Aktiv Weil du jetzt Zehn Minuten In einer einzigen Anwendung hängst Das heißt also Ich mach wieder einen Vollständigen Systemscan Und hau dir dann Die gesamte Leistung weg Boah Boah, das ist ja schlimm Ich seh hier nichts mehr Wey Standbild Standbild Ich muss noch ganz kurz die Aufnahme abbrechen Ich mach die Leute platt Und dann So, da bin ich wieder Ich hab die Leute nicht platt gemacht Äh, ja Ich hab nur eben gerade das Ding Eingesammelt Und hab noch die letzte Rauchbombe benutzt Und Danke Danke Leute Von 60 auf einen Frame runter Okay So, da sind wir gerade eben am abhauen Ja Und ihr seht ja Hier sind die Leute ein bisschen her Aber die können uns hier eh nichts anhaben So, wir sollen jetzt ein Boot stehlen Boah, das kann doch nicht sein Boah, das kann doch aber nicht sein Das ist immer wieder bei so einer kleinen Marotte von Leuten ist Boah, ich muss mal ganz kurz Auf dem zweiten Bildschirm gucken Shit, da hab ich noch was geöffnet Ey, das kann doch nicht sein Drei Ein Frame jetzt wieder Ich geh mal eben ganz kurz woanders hin Und guck, ob das dann besser ist So, da sind wir mal wieder Ich weiß jetzt woran es lag Mal wieder hoffentlich Fraps hat es wieder geschafft Es ist hier ins Creed zum Absturz zu bringen Und Ja, ich glaub es lohnt sich jetzt nicht mehr aufzunehmen Vielleicht Bessert sich das ja gleich Vielleicht Vielleicht So, wir haben jetzt hier alles gestohlen Hallo Leute Ich weiß zwar, dass hier viel Wasser ist Und dass es heftig ist und so Aber es kann doch nicht sein, dass ich Wenn ich jetzt Fraps deaktiviert habe 60 Frames hab Und wenn ich jetzt hier bin Dass ich hier 10 hab Ich möchte jetzt eigentlich nur noch Ich möchte nur noch diese verdammte Mission hier abschließen Und es kann doch nicht sein, dass es andauernd so lag Ich brauche dringend eigentlich ein neues Programm Nur ich kenne kein weiteres Ich kenne es vielleicht mit Dexter Na komm, geh hier hoch Aber ansonsten kenne ich wirklich kein weiteres Programm Was das hat, was ich unbedingt brauche Ach, ich hasse Fraps momentan Ja, das ist schön, dass es einfach aussieht Aber es nervt mich, dass hier nichts läuft So, ich soll hier oben ein Boot stehlen Na dann viel Glück Oder muss ich jetzt hier nochmal dieses verkackte Ding da stehlen Weil Fraps es geschafft hat Assassin's Creed 2 zum Absturz zu bringen Ja, ja, ist alles okay Ich will euch hier nur noch diese verdammte Mission abschließen Es geht mir so auf die Nerven, muss ich ja sagen Aber komischerweise ist es meistens nur bei Assassin's Creed 2 bisher Risen hab ich bisher nicht das Problem gehabt Was ja also persönlich in meiner eigenen Erfahrung Ähnliche Anforderungen stellt Ja, super Ich werde offscreen Na, ich will eigentlich Ich will es nicht Ich will nicht offscreen Das ist ein Let's Play und kein Walkthrough Oder irgendwie ein Ich schneide euch mal eben einen zusammen Wey, ein Frame Das sieht doch toll aus Das sieht toll aus Das sieht super toll aus Warnung, Sperrgebiet Ich hab nur noch vier Frames Wey Ach gut, ich will einkaufen Reparieren Alles reparieren Zack Municiones Wurfmesser Lalalalalalalalalalalalalala Rauchbomben Na komm, zu Zack, Gegenstand, Rauchbomben Ja, danke Ich seh hier nichts Ich seh tatsächlich überhaupt nichts Ich kenn's nur vermuten Ich weiß nur, dass ich jetzt hier da dran steh Jetzt muss ich die Leute da so reinschmeißen So Ich hab grad eben noch neue Wurfmesser gekauft Sollte klappen, es sollte Nein, es klappt nicht mehr Danke, Frames Danke, Frames Boah, es kann doch aber nicht sein Es kann einfach nicht sein Ich hab hier so ein Heftiges Teil stehen So Jetzt aber vielleicht endlich Na komm, ich will die Person hier nicht haben Ich will hier keine Person haben Jetzt vielleicht endlich mal Ordentlich Das wird jetzt wieder gefährlich mit dem Rudern Einmal Ähm, habt ihr schon mal was gehört von Kameraperspektive drehen? Vielleicht So, Kameraperspektive drehen Ich weiß nicht, ich schwöre Ich bitte ihn nachher Zack Boah, also So wie Soweit ich das erkennen kann Haben wir eine ordentliche Geschwindigkeit drauf Hey, da ist ja schon unser Ziel So, da trammen wir gleich mal voll gegen die Wand das Boot Weil ich ja hier nichts sehen kann Vielen Dank, liebes Spiel Nein, Entschuldigung Das Spiel kann da nichts für Frames kann da was für Weil das so scheiße ist So, das wollen wir nur ordentlich einparken hier Ja, also Passt ordentlich